So, hallo alle zusammen. Ich bin Oliver, ich bin Softwareentwickler und ich habe die Ehre, euch heute ein bisschen was zu erzählen zum Thema OER und interaktive Übungen. Und da gibt es zwei, ja zwei in Deutschland sehr verbreitete Softwarevarianten. Das eine ist Learning Apps, das seht ihr hier schon. Das andere ist H5P. Und ja, da zeige ich euch einfach kurz, was das ist, wie das aussieht, was man damit machen kann grundsätzlich und was vielleicht die Unterschiede sind und wann man das eine nimmt, dann vielleicht das andere. Ja, Fragen haben wir am Ende Zeit und ja, ich lege einfach los. Also was ihr hier seht, steht auch ganz oben learningapps.org. Das ist eine Website, die ist ganz schön, weil man direkt sehen kann, was man macht. Deshalb habe ich auch keine Präsentation, weil das schwierig ist, interaktive Sachen in einer statischen Präsentation zu zeigen. Das ist nur eine Website, was ihr hier seht, eben learningapps.org. Und das ist ganz schön, weil die eine Funktion hat, die heißt Browse Apps. Da klickt man drauf und da kann man auch schon ungefähr gleich erahnen, was das ist. Also man sieht, man kann hier suchen nach bestimmten Kategorien. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich hier sehe, weil das bei jedem Aufruf der Seite neu zusammengewürfelt wird. Deshalb können wir einfach mal schauen, was es hier so gibt. Nehmen wir einfach mal das hier. Das sieht optisch ganz ansprechend aus. Matching Pairs heißt das, der Aufgabentyp. Und der sieht hier so aus. Da sind ganz viele Karten da rein sortiert. Und mit diesen Karten, was ich mache, offensichtlich muss ich jetzt hier die richtigen Dinge zusammenführen. Wenn ihr sehen wollt, was das grundsätzlich alles so kann, das kann eben nicht nur diese Zuordnungsaufgaben, sondern auch so Klassiker wie Multiple-Choice-Aufgaben. Und um das zu sehen, klickt man einfach einmal auf Create App. Dann sieht das so aus. Und jetzt hat man hier oben schon so eine Übersicht, was man damit machen kann. Und man braucht natürlich eine Idee. Und was hier sehr schön ist, man hat immer ein Template, ein Muster, das man übernehmen kann, wenn man möchte. Und muss dann nur seine Inhalte eintragen und ist dann fertig. Und Matching Pairs wäre hier. Das haben wir gerade hier gesehen. Der Klassiker wäre so etwas wie ein Multiple-Choice-Quiz. Das Einfachste, was man kennt, das muss man nicht groß erklären. Und was er hier macht, er versucht jetzt auch direkt ein Beispiel anzuzeigen. Da ist aber hoffentlich nicht ein YouTube-Video hinterlegt, das nicht mehr verfügbar ist. Aber man hat im Prinzip so eine Startseite, wenn man das möchte. Und dann geht es weiter und hat dann eben hier so eine Multiple-Choice-Frage. Also nichts sehr hochtrabendes, aber kann ja trotzdem gut funktionieren. Und jetzt habe ich das Video nicht gesehen. Jetzt weiß ich auch hier nicht, was gefragt wurde. Aber wir können ja einfach mal was angeben. Und ihr seht, das Prinzip ist das gleiche. Ich gebe meine Antwort und habe dann hier unten diesen Überprüfen-Knopf. Und da klicke ich drauf und klicke, vielleicht nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Grüne ist nicht ganz so optimal wahrscheinlich. Aber hier ist jetzt ein grüner Rahmen drum. Das heißt, diese Antwort hier, Publishing Information, wäre richtig gewesen. Also so funktioniert das. Wenn man es selber erstellen will, ist es auch nicht kompliziert. Dann klickt man auf Create New App. Und dann geht das auf. Und man hat jetzt hier eben die Möglichkeit, die Aufgabe zu beschreiben. Dann, wie ihr das gesehen habt, zum Beispiel ein Video zu hinterlegen. Da habe ich jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Das Beste ist meistens einfach YouTube zu nehmen. Ich suche da was und kann das direkt einfügen und es funktioniert. Das ist ganz schön. Genau. Ich brauche dann natürlich eine Frage, die ich eingebe, Antwortmöglichkeiten und speichere das und dann fertig. Und dann habe ich eine URL. Vielleicht, woanders anzulegen, kann ich euch das auf der Seite davor zeigen. Oder vielleicht auch bei irgendeinem, ist ganz egal, welche man nimmt. Das seht ihr hier unten. Ihr habt dann die Möglichkeiten hier. Hier kann man das sehen. Ich fahre einmal so um einmal rum. Da ist den Link. Den könnt ihr einfach teilen und die Leute auf diese Seite schicken. Und die können dann ihre Aufgabe bearbeiten. Wenn ihr das direkt machen wollt, kann man den QR-Code groß machen. Braucht ihr nur ein Foto von da machen. Sind auch direkt auf der Seite. Man kann diverse andere Sachen machen. Aber wir müssen noch zu der zweiten Software kommen. Die heißt H5P. Die finde ich tendenziell ein bisschen schöner. Aber ich sage ja auch gleich noch, wann man das eine nehmen sollte oder wann das andere. Also das ist Learning Apps.org. Dann die andere Seite sieht so aus. Die heißt H5P.org. Da findet man das. H5P kann man sich meistens nicht merken. Und da ich die Frage sehr oft gestellt bekomme, es steht für HTML5-Paket. Wenn sich Techniker halt Namen ausdenken für so ein Werkzeug. Und auch da gibt es so eine Beispielseite. Die steht hier oben. Examples and Downloads. Und wenn man da drauf klickt, dann sieht ein bisschen anders aus. Und man bekommt eben auch so eine Übersicht mit vielen kleinen Bildchen. Und jedes dieser Bildchen steht für eine Interaktion, die man damit machen kann. Und vielleicht fange ich einfach mit Multiple Choice einmal an. Das haben wir eben ja auch gesehen bei Learning Apps. Dann hat man so einen direkten Vergleich. Das sieht hier so aus. Das heißt, man hat hier nicht so ein Startbild, aber auch hier ein Bild, das man da drüber laden kann. Und ja, dann hat man eine Frage. Mehrere Antwortmöglichkeiten. Und naiv würde man vielleicht sagen, blau, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Da weiß ich, dass es verkehrt ist. Obwohl es Blaubeeren sind. Und Black Current heißt auch nicht, dass es schwarz ist. Aber man bekommt dann halt die Antwort, ist in dem Fall falsch. Dann könnte sich die Lösung anzeigen. Ich kann das nochmal wiederholen. Das mache ich einfach mal, wenn ich dann irgendwann drauf komme. Ha, vielleicht ist es nur dunkles Lila. Dann ist das auch richtig. Also das Gleiche wie bei Learning Apps. Sieht ein bisschen anders aus. Genau. Das Ding hier ist ein, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es ein bisschen schöner. Einfach weil die Bandbreite der Interaktion, die es gibt, viel größer ist. Also ich glaube, bei Learning Apps habt ihr das gesehen, waren so 20 vielleicht, 20 Sachen, die man machen kann. Hier sind das um die 50. Wir müssten mal durchzählen. Und da kommen auch ständig neue dazu. Das ist halt sehr schön. So, was kann man noch zeigen, damit ihr da auch seht, dass die Bandbreite sehr groß ist. Vielleicht was Optisches. Also man kann nicht nur so Quizfragen machen, sondern vielleicht hat man, vielleicht im Geschichtsunterricht oder hier wäre es Erdkunde, sowas wie Vorher-Nachher-Szenarien. Also wenn man mal schaut, dann hat hier in der Mitte so einen Regler. Und wenn ich den zur einen Richtung ziehe, dann sehe ich halt die Landkarte vor der Flut. Das war eine Flut in Thailand. Und wenn ich das in die andere Richtung ziehe, dann sieht das so aus. Und mir hat vorhin gerade jemand erzählt, er hat das benutzt für die Berliner Mauer. Also Berliner Mauer vor der Wende, nach der Wende, das gleiche Foto. Und es nutzt einem Geschichtsunterricht. Also sowas kann man damit auch machen. Ansonsten, das, womit H5P irgendwie gefühlt berühmt geworden ist, sind interaktive Videos, finde ich ein bisschen schade, weil häufig H5P damit gleichgesetzt wird. Aber trotzdem sind es halt schöne Sachen, die man sehr einfach machen kann. Und man muss es halt nicht für programmieren können. Also gucken wir da auch noch mal rein. Das sind die interaktiven Videos. So sehen sie so aus. Wir können auch mal den Vollbildmodus anmachen. Dann sieht er ein bisschen mehr. Okay, sieht aus wie bei YouTube oder so ähnlich wie bei YouTube. Also man hat so einen Knopf zum Abspielen da unten. Was ein bisschen anders ist, das seht ihr da, das ist diese Leiste da unten. Die sieht ein bisschen komisch aus für so einen Videoplayer. Das ist ungewohnt. Da sind so Striche drauf und so kleine Kreise drauf. Und ich lasse das Video einfach mal laufen und dann kann man sehen, was da passiert. Den Ton habe ich ausgestellt, das nur als Hinweis. Der ist ein bisschen nervig. Da poppt etwas auf. Und wenn ich da draufklicke, hält das Video im Hintergrund an und ich bekomme erstmal einfach nur ein bisschen Text. Also eine Beschreibung, was in dem Fall dann in so ein Smoothie rein soll. Das ist eine kleine Funktion, aber seitdem YouTube das weggenommen hat, dass man so Overlays machen kann, ist das auch schon was, was man brauchen kann. Und dann läuft das weiter. Und jetzt sehen wir gleich einen alten Bekannten. Da ist nämlich auch ein Multiple-Choice-Quiz. So, klicke ich da drauf. Ist jetzt aber nichts mit Blaubeeren, ist in dem Fall eine Erdbeere. Und das weiß ich. Und dann, zack, kann ich weitermachen. So, und dann läuft das weiter. Und um euch kurz zu zeigen, was man da sehr viel einstellen kann, warten wir nochmal auf das nächste. Da passiert nämlich was anderes. Das heißt, da geht jetzt nicht erst so ein kleiner Knopf auf, auf den ich draufdrücken muss, sondern das Video hält an und die Aufgabe erscheint einfach dann in groß oder so groß, wie man sie gezogen hat. So, und jetzt zeige ich noch was anderes. Es wäre ja vielleicht jetzt schön, wenn man jetzt reagieren kann auf das, was die Person eingegeben hat. Und ich klicke jetzt einfach mal Bild alles an, weil ich sage, ist doch schon alles drin. Und wenn ich das tue, ist das natürlich falsch, weil noch nicht alles drin ist. Und das bekomme ich auch angezeigt. Und hier ist das jetzt so eingestellt, dass ich das bei der falschen Antwort halt nochmal angucken muss, das Video. So, das heißt, ich springe zurück und fange zwischen vorne an. Ich kann natürlich immer noch springen, aber auch das kann man deaktivieren, wenn man das nicht möchte. Also man ist da sehr frei. Und gerade hier kann man sehr viel einstellen. Und ja, wir können es einfach mal laufen lassen. Was hier tatsächlich noch ganz praktisch ist, das ist wirklich, es sieht ja so faszinierend aus. Aber ihr müsst wirklich nichts tun, außer ein Video zu nehmen und das hochzuladen. Oder einen Link auf YouTube zu setzen. Wenn ihr YouTube setzen möchtet, das könnt ihr auch machen. Oder einen Link auf ein anderes Video. Dann ist das da drin. Dann geht ihr an die Stelle, wo etwas erscheinen soll. Also geht einfach dem Schieberegler dahin, sagt, jetzt da bitte eine Medical-Choice-Aufgabe reinsetzen. Dann tragt ihr die Frage ein, die Antwortmöglichkeiten ein, speichern und fertig. Und dann habt ihr auch euer erstes interaktives Video gebaut. Wenn ihr einen kleinen Web-Web haben wollt, ich kann euch das gleich in drei Minuten irgendwie nochmal zeigen, dass man in drei Minuten so ein interaktives Video erstellen kann. Nicht mit fünf, sechs Fragen, aber auf jeden Fall mit einer. Das ist wirklich nicht kompliziert. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt Learning-Apps. Können wir nochmal hinspringen. Das ist das hier. Ich habe das vorhin gerade jemandem gezeigt, der meinte, es sieht ein bisschen aus wie aus den 90ern. Stimmt, das ist die eine Sache, die schöner ist bei H5P. H5P ist ein, das ist das hier, das andere. Das ist optisch ein bisschen netter. Hat auch den Vorteil, man kann es hier anpassen. Und der große Unterschied zwischen Learning-Apps und H5P ist, dass Learning-Apps nur auf dieser Seite läuft, auf learningapps.org. Und hier hat man die Wahl, man kann Sachen da lagern, ist zwar zum Testen, aber es ist okay. Man kann sich diese Software aber auch runterladen und auf seinem eigenen Rechner installieren, auf einem Server. Und kann die da auch noch anpassen, wie man möchte. Das heißt, wenn einem das Design hier nicht gefällt, wenn man sagt, hier, das ist jetzt ein lila Knopf, kann ja nicht grün sein oder blau sein. Dann kann man das ganz einfach machen. Ganz einfach sage ich immer, ich bin Entwickler. Aber es ist wirklich nicht kompliziert, das zu machen. Das heißt, man kann das anpassen. So, woran liegt das? Das liegt auch daran, dass Learning-Apps halt eine geschlossene Software ist. Das ist erstmal nicht schlimm. Auch die kann man natürlich benutzen, um OER-Erhalte zu erstellen. Das heißt, die liegen dann zwar auf deren Seiten, aber trotzdem kann man die verfügbar machen. Hier hat man aber eben die Möglichkeit, das komplett frei zu gestalten und es eben auch anzupassen. Das heißt, das ist Open-Source-Software. Das heißt, man kann sich den Quelltext angucken und wenn einem was nicht gefällt oder eine Funktion fehlt, dann programmiert man das um. Und da das Team so offen ist, dass das dahinter steht, kann man auch die Änderungen, die man gemacht hat, dort einreichen. Und sagen, wollt ihr das nicht in einen Haupt-Quelltext übernehmen? Und dann gucken die sich das an und in der Regel machen die das dann auch. So, das ist ja sehr schön. Der andere Grund, warum ich H5P ein bisschen schöner finde, ist, weil es wirklich, also die Offenheit wird da in sehr vielen Facetten gedacht, nämlich auch Barrierefreiheit. Ich weiß nicht, ob ich das hier zeigen kann. Ich habe jetzt den Ton nicht an, aber was ich hier machen kann, wirklich problemlos. Ich kann hier mit der Tastatur springen, das seht ihr. Seht ihr den blauen Rahmen da? Müsste gehen. Also ich kann hier mit der Tastatur durchnavigieren. So, das ist einfach für die Menschen, die vielleicht motorisch ein bisschen eingeschränkt sind und eine Maus nicht vernünftig bedienen können oder die es einfach schneller wollen mit der Tastatur. Das heißt, die könnten jetzt hier, was haben wir denn, Strawberries in, was waren es, Blueberries. Gebe ich das hier ein. Ich gehe hier durch. Was jetzt, der Ton ist nicht an, sondern als blinder Mensch hätte ich jetzt wahrscheinlich so ein Screenreader laufen. Der würde mir jetzt auch noch sagen, dass ich in einem zweiten Feld von drei Feldern bin und dass es ein Eingabefeld ist. Da weiß ich also, ah, okay, da kann ich was eintragen. So würde ich mich dann eben durch mein Gehör da durchnavigieren. So, und irgendwann bin ich dann halt fertig. Dann bin ich auf dem Knopf, klicke da drauf und dann geht das auch weiter. Also Barrierefreiheit wird damit gedacht. Nicht nur dieses Tastaturbedienung und dass ein Screenreader gut funktioniert. Die Farbkontraste, das haut vielleicht nicht immer hundertprozentig hin, aber auch daran wird gedacht, dass Menschen vielleicht sowas nicht unterscheiden können. Rot und Grün sind ja für uns farbfähige Menschen super. Für Menschen mit Rot-Grün-Schweichern nicht so gut, aber dann, die haben auf jeden Fall noch den Haken da dran und das Kreuz da dran. Das heißt, dass in vielen Stellen mitgedacht, dass Menschen mit Beeinträchtigung das eben auch gut benutzen können. Nachteil bei HafenFee ist, es braucht immer einen Web-Server. Das heißt, ihr könnt euch zwar die Software runterladen und installieren, wenn ihr Sachen teilen wollt, es geht aber nicht offline. Und das ist in Deutschland leider immer noch ein Problem, dass speziell Schulen häufig gar eine gute Internetanbindung haben oder gar keine und man es zumindest im Klassenraum dann nicht benutzen kann. Dann ist Learning Apps eine gute Alternative, wenn man sich da die Inhalte runterladen kann und die kann man dann lokal auf dem Rechner rausführen. Von da muss man immer gucken. Es gibt halt ein paar Vorteile auf der einen Seite, ein paar Vorteile auf der anderen. Der eine ist ein bisschen schicker, der andere hat vielleicht so eine Text-to-Speech-Funktion, die hat Learning Apps, da braucht man ein Wort eingeben, statt eine Tondatei hochzuladen. Die wird dann automatisch generiert. Also da muss man einfach gucken, was einem lieber ist. Ja, und dann, ja, infekt, meine Empfehlung ist in dem Tag von Pfee, aber ich bin da vielleicht ein bisschen vorbelastet. Aber wenn ihr das genauer wissen wollt, warum ich das jetzt so schön finde, habe ich jetzt noch kurz angerissen, dann kommt doch einfach gleich noch zu mir, fragt mich und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Veranstaltung. Vielen Dank.